Hallo alle zusammen, hier ist Luna und ich spiele heute Forza Horizon 4, die Vollversion. Und zwar in der Ultimate Edition. Mal gucken, was sich jetzt da geändert hat, ob ein paar Bugs mehr oder weniger sind. Die Episoden werden etwas länger werden, weil ich da eine Weile immer am Stück spielen werde. Und ja, vielleicht werde ich die Ladezeit nur so entfernen, weiß ich noch nicht. Aber im Allgemeinen werde ich es wahrscheinlich fast bear lassen. Also daher kann ich noch nicht sagen, was alles passiert. Wenn ich sage, dann mache ich mich herum. Und ich weiß nicht, wie ich gerade einmal habe. Vielen Dank. Willkommen im Herbst zu einem neuen Anfang für das Festival, das niemals endet. Bleibt dran, denn Horizon bleibt euch erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke, dass du mich noch beilässt. Wind. 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 Mit dem Gasheramn liegt dann auf die Sorge. Panarios in Wasnam roomer bounded. R��flatter. Wind. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rock the house! 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 Rock the house Die andere kann ich leider nicht wiedergeben. Also ich bilde mir ein, die Grafik hat sich aber noch ein ordentlich gewohnt zu empfehlen. Kann ich mir nur einbilden, aber ich bilde mir echt ein, dass noch mal ein gutes Stück gestimmt. Also ein paar Overlays sind garantiert anders, aber frag mich jetzt nicht, wie fern die anders sind. Ich kann sicher sagen, die schauen ein wenig anders aus. Und was auch neu ist, dass er jetzt dich bei den Namen, in denen du wohl mit dem Facebook-Profil verlinkt hast, wenn vorhanden ist. Nicht die Namen. Also durchschnittlich schein ich mir zu packen. Zumindest für das erste. Aber das ist jetzt ja gleich Doppelklasse, das heißt, dann kann ich die Videos ganz regulär machen, weil es keine Probleme geben wird wohl mit den, wie ihr dann hofft. Zumindest nachdem es ja ein direktes Dream-Amount ist. Das heißt, dann ist aber erstmal Dark Souls 2 auf Eis geliebt, weil ich dann erstmal For the Horizon 4 primär mache. Ich werde es noch zu Ende spielen, aber vorerst wird es dann erstmal Ruhe. Und die MLP-App ist sowieso noch, wenn ich mal Lust habe, zu schicken, dass die kommt. Also da kann ich nichts anderes zu sagen. Und die Videos werde ich jetzt ca. eine Stunde lang machen, um ab... Okay, ich hab dich in die nächste Runde der Horizon-Straßenrenn-Serie aufgenommen. So wie du fährst, ging das ja gar nicht anders. Aber sie geht erst im Herbst los. Kannst du dich bis dahin anderweitig vergnügen? Oh, weil das Spiel klasse ist. Wow, du siehst Frankie Beaumont zum Verwechseln ähnlich. Ich bin Joel Carter, Horizon-Fahrerbeziehung. Pass auf, ich hab einen Job für dich. In der Nähe wird ein Film gedreht und die brauchen einen Standfahrer. Ist etwas kurzfristig, ich weiß. Aber was sagst du? Normalerweise läuft es nicht so, dass ich ein Gefallen von dir brauche. Aber komm zu mir, sobald du kannst. Und ich stelle dir Mike Steele vor. Er ist im Filmbusiness. Jetzt funktionieren auch die Sequenzen. Gut so. Auch das wurde gefixt. Ich weiß nicht, ob ihr durch Zufall mein Video gesehen habt. Zufall. Ich hab's aber auf Facebook verlinkt. Nein, war kein Zufall. Aber egal. Mein Kommen, die sich um die Leute. Was ich bei Nvidia nicht so sagen kann. Also da hab ich jetzt schon ein paar Mal Support angeschrieben. Aber interessiert hat die das überhaupt nicht, was sie getan haben. Na egal. Aber das ist klasse, weil eigentlich die Musik ist ja einer der Kernpunkte bei einem Force-Sender. Und es wäre echt schade gewesen, wenn ich es nicht hätte machen können. In der Demo ging aber das Streamer-Modus nicht. Da hab ich ihn aktiviert. Hat sie sofort deaktiviert. Das ist aber aber noch nicht drohen. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Scharf rechts abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Da bist du ja. Der zukünftige Filmstar. Wohl kaum der versprochene Doppelgänger. Ist das dein Ernst? Sie könnten Zwillinge sein. Wird schon reichen. Ich bin übrigens Mike Steele. Heute filmen wir eine Fluchtszene. Fahr rüber nach Broadway. Wir haben da schon alles aufgebaut. Hoffentlich geht das nicht in die Hose. Okay. Ab nach Broadway. Und gib Gummi, ja? Wir wollen die Szene bei Tageslicht im Kasten haben. Okay. Ja. Okay. Ja, klar, Mister. Und auch wenn das Gesprochene mal zu laut wird, zu leistet, einfach mal Bescheid geben, weil dann wird es im nächsten Episode dann ändern. Hey, das ist mir zumindest ausgebrochen. Schon hier? Das war schnell. Okay, dann bereiten wir mal alles vor. Okay. Das wird ein Sprung ins kalte Wasser. Aber zumindest den Look hast du drauf. Das wird eine klassische Verfolgungsjagd. Der Held wird von einem Jet gejagt und entkommt mit einem Sprung durch eine alte Windmühle. Frag nicht. Wenn du so gut bist wie Joel behauptet, wird das ein Klacks. Und immer schön atmen. Nur nicht die Kontrolle verlieren. Ich begleite dich Schritt für Schritt. Alles wird gut. Das ist los. Schau nach links, aber bleib auf dem Gas. Der Volker fährt halt los. Ja, der Böse sitzt in dem Jet. Na und? Halte du nur die Nadel im roten Bereich und zeig vielleicht ein paar Ausweichmanöver. Und der Schurke ist vorbeigezogen und unser Held ist in Sicherheit. Fürs Erste. Gut. Das ist gutes Material. Nicht locker lassen. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt zack ich über den Hügel und wieder runter. Der Sprung kommt erst noch. Die Straße weiter vorne ist blockiert, also musst du querfeldein fahren. Da wird später noch was reingeschnitten. Ein abgestürztes Alienraumschiff oder so. Der Bereich, in dem wir filmen, ist gekennzeichnet, okay? Fahren die Startmarkierung. Drück aufs Gas. Und bitte. Hey, Augen geradeaus. Ignorier die Kamera. Guck mal, wie ein Held. Und damit haben wir es im Kasten. Glückwunsch. Du hast es überlebt. Schaffst du sowas nochmal? Denk schon. Ich gebe den Leuten vom Casting deine Nummer. Die rufen an, wenn es noch einen Job gibt. Das möchte ich jetzt machen. Hakt war besser als die Queen of Pain, im Einen. Hallo, Luna. Alle reden davon, dass du eine Rolle in einem neuen Film bekommen haben sollst. Denk daran, dir genug Zeit für die Teilnahme an der Herbstsaison zu nehmen, wenn du erst einmal reich und berühmt bist. Du bist Alex, einem unserer Horizon Superstars, aufgefallen. Er sucht nach neuen Fahrern für seine Dirt-Renn-Serie. Na, dann machen wir mal. Also jetzt sind die Bonentexturen auch erheblich schärfer, wenn ich mal ehrlich bin. Bei den letzten Male war die Textur definitiv noch nicht so scharf. Gerade die Bonentexturen haben sie deutlich nach oben gesetzt. Bei einer der kleinen Mankos, die ich noch gesehen hatte. Alles war wirklich klein, aber ja. Manchmal muss man eben so nitpicky sein, dass man überhaupt... Also klein nicht sein, dass man das überhaupt nicht bekommt. Was für eine gute Punkte da sind. Da muss man halt einfach mal was suchen. Wenn ein Spiel so gut gemacht ist, wie das... Da musst du wirklich suchen gehen. Da musste ich eben so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein paar unscharfe Texturen erwähnen, oder ähnliches, dass ich überhaupt was finden konnte. Ich frage mich gerade, ob einfach nur ganz gezielt die Royal Free Music abspielt. Du hast dein Ziel erreicht. Höchste Anzahl Kollision 6, das ist aber kein Vorderding. Okay, unser Freund da drüben wird dir neue Reifen verpassen. Komm nach dem Rennen zu mir, wenn du noch etwas brauchst. Oh, du bist's. Ich hab von den Stunts gehört, die du für Joel abgezogen hast. Du weißt, wie man fährt, oder? Oh, Entschuldigung. Ich bin Alex und auf dem Festival für Dirt-Rennen zuständig. Apropos, dafür brauchst du das entsprechende Auto. Und auch hier werde ich wieder bei meinem Stradar bleiben. Oder gehen wir zum Crossverse. Ich glaub, die Crossverse diesmal. Weil der lässt sich ein bisschen besser fahren. Ja, der Kossi. Besser geht's fast nicht. Gebaut und getestet in Essex, ob du's glaubst oder nicht. Ja, der Textkrieg ist viel schärfer als beim letzten Mal. Das Lustige ist, ich habe kein bisschen Performance eingemüssen. Ich hab die gleiche Performance. Ich würd mir sogar ein paar Bilder merken. Vielleicht waren noch nicht alle Aktiv-Optionen, aber auch aktiviert. Ich war auch in der Xbox One X angepasst. Damals noch... ... Also ich kann mir das immer einbilden, aber der ist in Längen leichter als Forst Horizon 3, genau, Forst Horizon 3 hatte ich auf leichtesten Schwierigkeitsgrad auch Probleme, so wie wenn man hier, ja, man sieht es ja eigentlich recht deutlich, ne? Ich habe es extra durchschnittlich genommen, damit es ein bisschen schwerer wird, aber, ja. Aber ich finde es positiv, weil ich muss ganz ehrlich sagen, der Einstieg war in Forst Horizon 3 dann doch manchmal ein wenig schwierig. Selbst wenn du schon Teil 2 und 1 davor gespielt hast, was in meinem Fall so trifft, weil ich habe die ganze Serie gespielt und beliebt. Bis auf Teil 3, der war so ein bisschen vernachlässigt, aber der hier ist eindeutig in Längen wieder besser. Bis zum nächsten Mal. Und das Tierring ist deutlich verringert worden, ich weiß nicht, ob man es auch im Video sieht, aber dadurch, dass die 3, also diese schnelle Fusing-Annahme über den Treiber, habe ich eine freigeschaltete Framerate, theoretisch, wenn es mir interessiert, umpacken würde, und trotzdem kein Tierring, eigentlich. Erste Rennen ist gemacht. Glückwunsch! Du könntest es in meiner Dirt-Serie weit bringen. Mach weiter so, dann schaffst du es vielleicht in Runde 2. Löbber. Sieht aus, als hättest du dich schon fast für die Herbstsaison qualifiziert. Denk daran, je mehr du fährst, desto mehr Einfluss erhältst du. Ah, den ersten Minus. Möchtest du einen Preis gewinnen? Versuch's mal mit diesem los. Ach komm, eins weiter drüber wäre mir lieber gewesen. Aber das ist auch nicht schlecht. Jo, vielleicht. Oder eigentlich sicher. Aber ich denke, das ein oder andere neue Event wird da auch schon dabei sein. Denn immerhin ist die Demo nicht allzu lang gewesen. Eigentlich schon lang, für das, dass es nur eine Demo ist, aber halt, verglichen mit dem Spiel, garantiert kurz. Ich weiß nicht, wo das Schild ist. Erzählt. Zerstöre eine Schnellreisetafel und du bekommst Rabatt auf den Horizon Schnellreiseservice. Zerstöre sie alle, dann trägt das Festival deine Kosten komplett. Gut zu wissen für unsere Abenteuer. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt schon alle auf der Karte sind oder ob ich erst stehen muss. Denn wo komplett gemacht haben muss. Ayuré ist der Sonnenurlauf. Also, das ist Abenddämmerung. Schaut echt genial aus. Also, ich geh mal davon aus, dass Sonnenaufgängig das Einzlerbein wird sein. Wow. Ayurós. Ich weiß nicht mehr, ob er das klar spielt. Kann es aber theoretisch durch Färme nicht schaffen. Und dann. Du hast dein Ziel erreicht. Bist du bereit? Bereit? Also, da. Oh, du bist es. Du hast es also geschafft. Ich bin übrigens Jay. Alex redet dauernd von dir. Wenn du nur halb so gut fährst, wie er behauptet, werden dich die Jungs hier lieben. Aber bevor wir anfangen, solltest du eins wissen. Das Festival sieht das hier nicht unbedingt gern. Also erzähl Kira nichts davon, okay? Ich muss los. Viel zu tun. Das ist ganz normal. Aber wir sehen uns, ja? Kommen einfach zu den Treffen, auch wenn es sie offiziell gar nicht gibt. Ich sorge dafür, dass jeder auf dem Horizon weiß, wer du bist. Bin schon ziemlich gespannt, was du so drauf hast. Viel Spaß, okay? Jetzt kann die schwersten Events aus dem Wasser herweisen. Hier bin ich mir ein, dass die Klammenfarbe anlässt. Jetzt ist es wirklich auch überhaupt irgendein Anderweg. Ja, knapp hat es ausgereicht zum Pornplan. Aber auch durchschnittlich werde ich planen als Anathia, weil ich einfach nicht gehen, weil ich einfach nicht zu viel Stress haben will. Aber ich denke, normal schaffe ich definitiv. Das Einzige, was ich gesehen habe, ich brauche gar nicht über 60 MB hochladen auf YouTube, weil dann scale-t es das eh runter. Da habe ich mit einem Video sogar einen Kommentar drunter gelassen, dass es mich selber erschrocken hat, wie weit es runter skaliert. Oh, äh. Ich kann beruhig sein, es schaut sehr viel besser aus auf dem Bildschirm als auf YouTube da. Unter Straßenrennfahrern gibt es lauter unausgesprochene Regeln über Respekt, Ehre und wer mitmachen kann und wer nicht. Aber du musst nur eins wissen. Wenn du so fährst, bist du immer willkommen. Oh. Entschuldigung. Hey, ich wollte nur Bescheid sagen, dass das nächste Dirt-Rennen in den Löchern steht. Sehen wir uns dort? Oh, Jay und ich haben außerdem ein neues Gefahrenschild aufgestellt. Sie ist dir doch an, wenn dir auf dem Weg der Sinn nach Action steht. Werde ich machen, mein Herr. Aber nachdem ich da direkt vorbeischallt, war brauche ich extra bis dann ein bisschen. Ich sage, ich glaube, das ist direkt auf meinem Weg. 400 Meter links abbiegen. Route wird neu berechnet. Die Absperrungen wurden bei Gefahrenbereichen aufgestellt. Dann haben Alex und ich diese übergroßen Markierungen aufgehebt. Und fertig waren die Gefahrenschilder. Solange niemand stirbt, können wir noch mehr davon bauen. Links abbiegen. Rechts abbiegen. Das ist immer noch einfach und makar, oder? Ich habe die einzige massive Wand gefunden. Juhu! Rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Danke. вед. Sie sind. Ich muss nicht Rufe Lastly klippchen. Entschuldigung. Du hast mich sofriednat. Wow, der war knapp. Das war das Rennen, das eh schon schwerer war beim ersten Mal. Naja, das werde ich trotzdem schon mitgepacken in meiner Ausgleichung. Das war das Rennen. Das war das Rennen. Das war das Rennen. Ich hätte echt nicht erwartet, dass das so einfach ist auf den Schwierigkeiten sogar. Ich habe es ganz gerne so, weil ich eh nicht so wie wenn jetzt so auf Schwierigkeiten gerade aus ist. Ich mache es lieber entspannt, relaxed, aber so ein bisschen halt, dass wir noch so, dass die KI ungefähr von mir rauskommt. Ups, das ist schon wieder der Bräse. Ich habe das Schluss doch immer. Ja, das ist schon wieder der Bräse. Fortsetzen bitte. Okay. Das ist tatsächlich jetzt schon ein neues Event. Das war noch nicht dabei in der Demo. Ich bin jetzt echt gespannt, was das ist. Ich bin jetzt echt gespannt, was das ist. Entschuldigung. Wow. Da ist der Verkehr ein bisschen dichtgeraden an dem Punkt. Hier frage ich mich immer und immer wieder, ob das auch auf der One so dichter Verkehr ist. Aber ob es dann ein bisschen weniger dann ist. Also auf der One, denke ich mal, wird es garantiert verringert. Aber auf der Xbox One X könnte vielleicht nicht mehr. Auch wenn ich beruhig sein kann, ich denke, dass mein PC trotzdem über der Xbox One X liegt. Von der Leistung. Ja. War aber dafür auch erheblich teurer als die Xbox One X. Möchte ich hier nochmal anmerken. Wow. Das war knapp. Wie passt denn das zu Sonnenfahrt? Was gibt's hier Neues? Zeig's mir. Das wirst du nicht glauben. Die Filmproduzenten haben dieses Haus als Filmset gekauft. Aber sie sind mit dem Dreh fertig. Also steht es leer. Ich hab nachgefragt. Und weißt du was? Sie sagten, wir könnten das Haus als Dankeschön für deine Arbeit am Film haben. Okay. Möchtest du das Haus für eine Rolle? Großartig. Tja, da dies ein Geschenk der Filmfirma ist. Hier sind die Schlüssel. Ich hab das. Ich hab das. Auch wenn du hier nichts anderes machst, kannst du zumindest deine Klamotten lagern. Deine Garderobe ist wie eine Landkarte deiner Karriere. Je mehr du dich präsentierst, desto mehr Kleidung bekommst du. Apropos Name. Du hast dir ja schon vor Horizon UK einen Namen gemacht. Also hab ich dir als Dankeschön etwas ganz besonderes bestellt. Ah, da gibt es so viel Zeug. Es gibt auch noch wirkliche Träger-Tops. Das ist ja cool. Hier werde ich jetzt eine Weile verbringen. Weiß ich jetzt schon. Kleine schauen. Oh, noch ein Forza Horizon 4-Shirt. Ja, das fehlt hier. Aber egal. Ähm. Eigentlich mag ich schwarz am liebsten. Ich mag Forza Horizon 3 nicht so wirklich. Da finden wir es jetzt auch der Tiefschlag der Serie gewesen. Da ging es wieder bergauf und der war dann top. Und der hier war auch top. Und der war auch top. Der war der einzige, der so ein bisschen mehr war. Persönliche Meinung. Äh. Gehen wir zum Sender. Boom. Jacken. Oh, da hab ich noch eine Kapuzenjacke. Ja, der schaut irgendwie cute aus da drin. Kann ich mir nicht helfen. Ja. Kriegst du erstmal. Ich wette eh, dass ich noch coolere Klamotten krieg. Auf langen Zeit. Sammeln Jacken. Ja, die hier ist zum Beispiel schon cooler. Das Einzige was ich scharf finde, dass dieses Feature noch nicht erhältlich war in der Demo. Ja, auch Shorts gibt es noch cooler. Rack gibt es auch. Das ist auch cool. Das heißt, da ist man nicht auf eine Sache gebunden. Kriegst eine weiße Hose, weil mir die jetzt an dem Fall am besten dazu gefällt. Woher. Ich glaube, die gefällt mir ein bisschen besser. Ja. Gibt es auch so ein paar cute Dinger. Was ich hoffe, dass mit Addons oder so ein paar dazukommen da auch noch. Also wirklich ganz neue Dinger. Würde ich begrüßen. Wink wink an Microsoft. Ne, das passt jetzt zu dem Outfit nicht. Kriegst du das an. Ne, Gangster Cap. Ne, kriegst kein Gangster Cap. Warum gibt es nicht die Krone von den Meme. Wobei, die kommt ziemlich nah. Und ich glaube, bei diesem Meme brauche ich nichts schreiben. Jeder weiß, worauf ich hinaus will. Nicht meins dir. Aber Brillen könnte definitiv noch ein bisschen mehr kommen. Ja, die sind so neodürftig, sag ich mal. Damit man es auch mal Bart tragen kann, die Lady. Das ist ziemlich sinnlos mit der Jacke drum. Da wir noch keine haben. Ist der Hahn im Kopf. James Bond. Und. Kannst du tanzen? Zeig uns vor dem Rennen deine besten Moves. Und zeig uns die allerbesten Moves, wenn du gewonnen hast. Vertrau mir. Das wird großartig. Weißt du, was gibt's da für die Angeber-Karte? Weißt du, was gibt's da für die Angeber-Karte? Das ist ja cool. Was ich mir noch wünsche, dass es zum Beispiel irgendeinen Charakter noch geben würde, der ein bisschen längere Haare mal hätte oder so. Aber, wie gesagt, kann ja noch werden. Wow. So. Billung entsprechen deine Treuerstufe. Ich habe Forster Horizon 7. Ich habe Forster Horizon 3. Äh, Forster Motorsport 7. Sehr gerne. Horizon 3. Motorsport 6. Horizon 2 habe ich auch. Horizon 1 habe ich auch. Motorsport 5 auch. Okay, und war im Krieg für 2 ja kein. Entschuldigung. Becker. Ja, ist jetzt so. Ach, jetzt kommen die Autos auch noch. Okay. Das ist ja mal cool gemacht mit dem Herbstwechsel. Wow. Sieh mal an, wer es in die Herbstsaison geschafft hat. Du bist schon fast für die nächste Runde der Dirt-Rennserie qualifiziert. Komm nach Zahnhaus. Du wirst dich wundern, wie anders es im Herbst aussieht. Mach ich danach. Hallo, Luna. Dein Radio kann jetzt noch mehr Sender empfangen. Wenn du auf Drum'n'Bass stehst, dann hör doch bei Hospital Records rein. Und falls du etwas Feingeistiges suchst, versorg dich Timeless FM mit klassischer Musik. Okay. Aber wie gesagt, kann ich nicht im YouTube-Kanal... Ähm... Ach, da muss ich immer auf meinen Link zurücklehren. Es geht nur was aus diesen Designs und Solaren. Na egal. Machen wir mal ein Design drauf. Nicht nochmal bitte, Baronet. Ein Design drin. Bitte. Ja. Ja. Das erste Forza Horizon 4 Design gibt es schon. Aber nachdem ich so einen kleinen Anime-Tick habe, weiß ich schon welches hier gewonnen hat. Aber ich muss ja echt sagen, es sind viele klasse Designs, aber... Ja. Ich habe eine Sprache für Anime. Darum laden wir herunter. Nach Möglichkeit heute noch. Dann denke ich mache ich noch das Third-Rennen. Und dann wird das so ziemlich das für dieses Video gewesen sein. Und Upgrades bitte. Also, das ist ein Fuhrpark, wie du siehst. Hier kannst du an deinen Autos arbeiten. Soweit alles klar? Was ist Automeisterung? Nicht nochmal bitte ich... Bin ich neu zu sehen? Seelenantrieb. Allrad. Ah, ich glaube, Allrad brauche ich jetzt bei dem nicht weiß, wie er negativ ist. Willst du die Aerodynamik deines Autos anpassen? Das kannst du hier tun. Du kriegst ein bisschen mehr cheap Design. Mit einem Reifen auf dem Dach. Oh, da hat er schon den coolsten Spoiler droben. Heller? Dunkler. Heller? Dunkler. Oh, da ist auch noch so ein Böppel hinten dran. Abschleppdingens. Keine Ahnung, wie der genau weiß. Was? So, fanatisch bin ich mit Autos nicht. Ja, boah. Keine Ahnung, das sieht schon cool aus. Und das Wichtigste. Hier wechselst du deine Reifen und Felgen. Und das Wichtigste. Hier wechselst du deine Reifen und Felgen. Felgen Größe. Mach mal. 265, 35, S17. Hä? Kann ich jetzt hier gar nicht machen. Egal, mach aber auch die S17, dass es gleichmäßig ist. Hier kannst du an deinem Antrieb basteln, damit du die ganze Kraft auch auf die Straße bringst. Hä? Warum hat er schon die ganzen Dinger installiert hier? Wird. Na egal. Na, passt das? Ich muss so installieren, bitte. Und so viel kostet der Spaß. Passt das? Sonst hätte ich es wohl nicht gemacht, wenn es nicht passen würde, oder? Easy. Bodykit-Voreinstellungen. Jetzt hat. Okay. 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 Ach so. Das sind so voreingestellte Dinger. Was sind Automeisterungen? Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Automeisterungen freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Vorteilen und Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Ah, das ist ein kritischer Punkt, weil ich sehe hier Comment, dass es wahrscheinlich einen Erfolg gibt. Der sagt, habe das mit allen Autos gemacht. Und das würde ziemlich viel Grinding bedeuten, denke ich mal. Und von hier aus gehst du erstmal auf diese Sehenswürdigkeit. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, reißen wir mal eine Wand ein. In 400 Metern scharf rechts abbiegen. Ne, da brauche ich nicht scharf rechts abbiegen. Da kann ich querfett einfahren, Mädel. Scharf rechts abbiegen. Ich muss da eh aufließen. Wer hat ein Stück hoch? Du hast dein Ziel erreicht. Da tanzt du. Ja, die Optik ist wirklich erheblich nach oben. Die Reifenspuren sind mehr, dann Biese ist mehr. Und das Detail ist auch mehr, dass sie jetzt tanzt hier in diesem Bild. Ja. 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 Kind of Pain, hör auf mich zu überholen. Das mag ich gar nicht. Nur weil du schon einen Tag früher spielen konntest, weil es bei mir einmal den Download abgebrochen hatte, weil irgendwas um die 30 Gigabyte mich dann nochmal von vorne runterladen musste. Und bei maximal 25 Mbits pro Sekunde ist das doch fast noch mein Tag gewesen. Ja, egal. Ich kann es ja trotzdem vor wie wie es noch spielen. Rechts abbiegen. Ja. stellen Untertitelung des ZDF, 2020 Also ich sollte dir vielleicht sagen, dass der Matsch da draußen nach all dem Regen in letzter Zeit echt rutschig sein wird Dieselbe Strecke, komplett anderes Fahren Ich weiß nicht, ob ich das riskieren sollte, aber andererseits Ich verspreche nicht, ob ich da bleib, sag ich mal gleich so Obwohl ich bleib halt durchschnittlich Und entschlossene Luna mal wieder, na egal Mach ich jetzt nochmal alle Saison, bevor ich weitermachen darf Oha, das ändert wirklich einiges, weil es wie mehr Matsch und so Matsch verändert das Fahrverhalten extrem, weil ich jetzt mehr rutsche, wie man sieht Und ja, hauptisch verändert sich auch einiges, weil wie mehr Wasser auf der Strecke ist Ja, einfach klasse, aber Microsoft echt Liebe zum Detail Klasse Fahrgefühl Tolle Performance Und das wirklich mal zu sagen Also, bei dem wie das ausschaut So eine gute Performance zum Klatschen ist echt Wahnsinn Gute Arbeit, habe ich schon lange nicht mehr von der AAA gesagt, in letzter Zeit Könnt ihr euch echt was einbilden? Ich glaube, das sind die best investierten 100 Euro, die ich je hatte Mal gucken, weil wenn die Leute es wollen, werde ich das auch kompletieren in den Videos Aber, wie gesagt, das müssen die Leute wollen Erst sonst fahre ich nur die Karriere erst mal ab Aber ich würde das echt gerne auch in einem Video machen Und ich mache es lieber in den Videos, weil im Streamen Ich kann zwar streamen, aber nur 1080p und die Qualität ist dann auch nur so lala Da bin ich durch meinen 10 MB Nein, nicht 10 MB, 5 MB Upload echt stark begrenzt Aber ich glaube, ich kann nicht eine Stufe hochgehen beim nächsten Rennen Aber anderes, als ich mich da mit einem schlechteren Auto fahre Aber so ist es dann ein bisschen leichter Ich glaube nämlich, der hier ist einer der Top-Tier-Autos Aber dass die echt einen Musikfreundlichen Streamer-Kanal gemacht haben Finde ich echt klasse Also das hat echt eine extra Erinnerung immer noch für ihn Und dann Und das war dann auch das letzte Event für heute So viel kein Schonk verraten Was für eine Fahrt! Yeah! Oh, du kannst in Runde 2 der Dirt-Renn-Serie wiederkommen Auf jeden Fall Egal, ob du die Strecke schon gefahren bist oder nicht Die Fans sehen dir gern zu So erlangst du Aufmerksamkeit Und hast bessere Chancen, dich für die nächste Runde zu qualifizieren Du kannst nur gewinnen Hallo Luna! Willkommen zur Herbstsaison von Horizon Mein Team und ich suchen den einflussreichsten Newcomer Der am nächsten Schaurennen teilnehmen kann Hast du das Zeug dazu? Beweis es mir! Beck hat mir erzählt, du bist in Runde 2 der Straßenrenn-Serie Und Joel meinte jemand namens Mike Steele sucht dich wegen einer Stuntsache Wo wir gerade von Stunts sprechen Jay will unsere nächsten Stunt-Helden ausfindig machen Und Alex sagt, er ist bereit für Runde 2 der Dirt-Rennen Aber er freut sich auch darauf Mit der Querfeld-1-Serie loszulegen Also, worauf wartest du noch? Wow! Alter, der ist viel offener als die letzten Teile Nicht, dass die alten unoffen waren Aber wie man hier sieht Es gibt mehr Teile Verschiedene Teile Und es ist irgendwie mehr Story-mäßig aufgebaut Als die letzten noch Aber der Ersteindruck ist echt wow Hallo Luna Hier erhältst du eine Übersicht Zu deiner Karriere bei Horizon Jede Kachel repräsentiert einen weiteren Weg Wie du dir hier auf dem Festival Einen Namen machen kannst Und wie man es sieht Auch Meta-Reise zu tun Einfach klasse Also da kann ich echt nichts anderes zu sagen Ähm Ja, mach mal einfach Und neues Fahrzeug und so weiter Auf jeden Fall, wer das Spiel noch nicht hat Kann ich echt nur wärmstens empfehlen Ja, nur zur Info Die Automesse ist jetzt eröffnet Komm vorbei und schau dir alles an Oder ich schick dir den Katalog nach Hause Gib mal mal ein Wiesbier Ja, schmal Yes Erstes neue, Alter Oh wow Darin wirst du echt scharf aussehen Du kannst dich entweder hier auf dem Festivalgelände umziehen Oder dafür nach Hause gehen Das Auto wäre mir jetzt in dem Fall lieber gewesen Aber das finde ich auch nicht schlecht Und so überziehe ich schon wieder Wow Ja, das werde ich auch wie gesagt alles erst in der nächsten Episode machen Und wer das Spiel noch nicht hat Ich kann es wärmstens empfehlen Also dieser Forza Horizon Setzt auf jeden anderen Horizon Der es bisher gab Meterweise hinauf Es schaut besser aus Es spielt sich besser Es hat für alle was Also auch für Streamer Die können einfach den Streamer-Modus aktivieren Keine Musikprobleme da mehr Dann Performance Also ich bin immer in den 40er bis 50ern Mit einer 1080T Muss ich hier dazu sagen Allerdings nur einen Ryzen 3 1200 Was also doch ein bisschen wieder rumbremst Und der Arbeitsspeicher ist ein 16 GB 3600 Da wird wohl kaum was ausreißen In die negative Ja, auf jeden Fall Es gibt meterweise Zeug Was man hier machen kann Und es schaut klasse aus Es spielt sich klasse Und ich kann sagen Es sind die best investierten 100 Euro Die ich je hatte Und wenn euch das Video gefallen hat Lasst mir ein Like da Wenn nicht Einen Daumen nach runter Aber einen kurzen Kommentar Warum euch gefallen oder auch nicht gefallen hat Bitte wäre natürlich klasse Ihr könnt genauso meinen Kanal abonnieren Dann verpasst ihr nichts mehr Und es wäre super Wenn ihr auch auf euren Social Medias Diese Videos verbreiten würdet Also teilen Damit ich Mein Kanal ein bisschen vergrößern kann Wenn ihr mich direkt unterstützen wollt Könnt ihr das auch tun In der Beschreibung unten ist ein PayPal Link Und ein Irgendein anderer Link auf jeden Fall Wo man dann auch theoretisch spenden kann Aber das ist euch überlassen Kein 2 Und ansonsten Sehe ich euch dann wieder Im nächsten Video Bye 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 Bis zum nächsten Mal.